Ich würde gerne deine Eltern treffen, ich kann nur jetzt nicht, ich hab'n Job. Ich weiß, sie werden dich toll finden, das ist alles. Du bist toll und du bist sexy. Ich will einfach, dass sie das sehen. Sie sollen sehen, dass ich sexy bin? Scheiße, scheiße, scheiße. Wer ist das? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann! Ist da. Ich bin's, day, lass mich rein! Ja, komm, hoch, Mann. Ich hab gesehen, wie sie ihn umgebracht haben. Was? Die haben dich gesehen? Sind sie dir gefolgt? Verschwinden wir von hier, steck was zu futtern, ein Futterfrucht-Gummis! Wir werden sie erledigen, Dale, Saul, sie sind so gut wie tot. Das ist so aufregend. Komm schon! Nein, wir sollten uns verstecken. Wieso? Weil ich schon im Müllcontainer hocke. Wir fallen über dich her mit allem, was wir haben. Du bist tot! Ich war zum Abendessen eingeladen. Deswegen bin ich hier. Sind Sie high? Was? Nein, ich bin nicht high. Sie sind doch voll zugedröhnt! Scheiß drauf! Ey, Schi, ich rufe an, weil ich dich liebe. Du, alles, damit es funktioniert. Ich möchte dich heiraten. Oh. Glaub, ich hab einen Fehler gemacht. Ich kann nichts sehen. Dann tritt die Scheibe raus. Mach mal doch so. Oh, ich glaub, ich hab mir die Leiste gezerrt. Zieh deinen Fuß da raus! Jeb. Ja! Der hakk. Jo opportunities. Vielen Dank.